Hallo und herzlich willkommen bei MusicStore TV. Mein Name ist Bernd und ich habe euch heute eine wunderbare, wunderschöne, kleine, kompakte Reisegitarre mitgebracht, die, obwohl sie so klein ist, ganz besondere Specials und Features mitbringt. Zum einen haben wir hier, und man mag es kaum glauben für diesen Preis, eine massive Fichtendecke. Wir haben einen Korpus aus Sapile und kein aufgemaltes, sondern echtes Binding, also der Übergang von der Decke zur Zarge und von der Zarge zum Boden. Wir haben einen Hals aus Margoni. Auch hier haben wir wieder Druckgussmechaniken, verkromte Druckgussmechaniken in der Lage sind, die Stimmung sauber zu halten. Wir haben ein eingebautes Stimmgerät, sodass wir jederzeit und überall in Tune sind. Wir haben einen Phasenumkehrer, der, wenn es mal in der Bühnensituation zur Rückkopplung kommen sollte. Und wir haben einen 3-Band Equalizer integriert, mit dem wir Bässe, Mitten, Höhen anheben oder absenken können. Und zudem noch einen Presence-Schalter, also einen Regler, den wir hochdrehen können, mit dem die Mitten insgesamt angehoben werden, wenn wir im Band-Kontext uns vielleicht als Solist gut durchsetzen wollen. Alles in allem ein kompaktes Instrument, das wunderbar für jederzeit und überall verwendbar ist. Klar, wenn ich irgendwie mal im Park gehen möchte und kann ich sie einfach mitnehmen, die wiegt nichts, die ist nicht groß. Das ist also genau das, was für jederzeit und überall wunderbar einsetzbar sein kann.